moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge tunic und wie versprochen gehen wir jetzt endlich mal die feen an und ja ich werde dieses video ein bisschen anders machen es wird ein bisschen geschnitten sein da die ganzen wege immer hin zu diesen verschiedenen feen stellen wirklich sehr weit sind ich habe mich jetzt im vorfeld schon einige sachen rausgefunden das heißt das was ihr jetzt seht habe ich theoretisch später aufgenommen und was danach kommt habe ich unterwegs alles gefunden also wenn ihr euch wundert warum das jetzt alles so schnell geht das liegt daran weil ich jetzt immer ein cut macht wenn wir zur nächsten stelle kommen wo wir den fähig finden könnten und hier das ist eine stelle hier sieht man das kaum aber hier ist diese helle wand das eine wand die man sozusagen kaputt machen kann dafür brauchen ein bisschen thermit kann man ja hinlegen oh natürlich dumm aber seht geht er auf kann man rein so ok was man hier machen kann weiß ich gar nicht gebe ich zu Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in die Richtung drücken muss, wie das Ding geht. Also pass mal auf. Rechts. Oben. Warten wir nochmal. Rechts. 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 Oben. 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 Rechts. Rechts. Oben. 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 Oh, das war dumm. Rechts. Rechts. Oben. 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 rechts, oben, okay das ist ein bisschen blöd, muss ich nochmal machen, warte mal, also rechts, 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 oben, 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 rechts, 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 oben, 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 rechts, rechts, oben, oben, rechts, oben, rechts, 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 oben, 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 rechts, 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 oben, 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 rechts, rechts, oben, oben, rechts, oben. Ah, guck mal, geht ja doch. So, nicht, dass ihr wundert, wie hat er herausgefunden, dass da ein Loch in der Wand ist. Habe ich nicht wirklich, hat mir ein User geschrieben. Also von daher gar nicht so verkehrt. So, die Fähne haben wir. Und dann geht es hier weiter. Wundert mich auch immer wieder, dass Leute privat ein was schreiben hier und nicht nur in den Kommentaren, aber so ist das nun mal. So, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Fee. So, das nächste, was ich gesehen habe, ist das hier. Das habe ich tatsächlich selbst gefunden. Das hier ist nämlich auch ein Muster, wie man sieht. Also man sieht, es sieht irgendwie verdächtig nach einem Muster aus. Ob es ja seins ist, sei mal dahingestellt. Genau, das können wir jetzt mal ausprobieren. Und zwar fangen wir doch mal an. Wir müssen als erstes, müssen wir ja, wie man sieht, wir fangen ja da unten an. Also das Grüne ist das Muster, wie ihr seht. Könnt ihr das sehen. Nicht die Steine, sondern hier, dieses Grüne fängt genau hier an. Genau hier vorne zwischen diesen Dreieck, diese Dreieckigenpflanzen hier. Weil die Kreise, die ein Dreieck bilden. Und genau da geht es los. Also das heißt, wir fangen an mit hoch, dann gehen wir rechts, dann gehen wir hoch, dann gehen wir links, dann gehen wir runter, dann gehen wir links. Dann gehen wir hoch, dann gehen wir links, dann gehen wir hoch, dann gehen wir rechts, dann gehen wir runter, dann gehen wir rechts. Hm, das war doch richtig jetzt, ne? Hoch, rechts, hoch, links, runter, rechts, hoch, links, runter, runter. Okay, aber geht es hier irgendwie weiter oder so? Aha, hier geht es weiter. Ah, okay, hier sieht ihr das schon. Okay, müssen wir nochmal probieren. Pass mal auf, wir probieren es nochmal. Wir stellen es aber direkt hier hin, damit es leicht hochgehen können auch. Okay, machen wir, pass auf. Hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts. Hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter. Seht ihr? Das ist schon wieder ein bisschen witzig, ne? Hä? Es ist gar nichts passiert. Warum ist da nichts passiert? Das war doch richtig, oder? Versuchen wir nochmal, also. Hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts. Wenn wir in die Ecke gucken, Mist. Hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter. Warum taucht da nichts auf bei mir? Das ist doch komisch, oder? Müsste jetzt nicht hier irgendwas auftauchen? Es zaubert ja auch irgendwas, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Wurde mal. Hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter. Ah, okay. Gut. Muss man wahrscheinlich schnell hintereinander machen, sonst passiert da nichts. So, haben wir noch eine Fee? Gucken wir auf die Karte. Perfekt. Gut. Auf zur nächsten Fee. So, was ich als weiteres entdeckt habe, ist dies hier. Man geht hier, ich kann mal zeigen auf der Karte, sind wir da unten rechts, seht ihr das? Und jetzt gehen wir hier rein. Und dann kann man diese Lichtreflexe sehen. Und wie ihr seht, ist auch dies ein Weg, den man irgendwie gehen muss, der gar nicht so leicht aussieht. Wir probieren jetzt trotzdem mal. Ja, das sind Lichtreflexe, man kann ja den Weg einigermaßen sehen. Man muss so ein bisschen gucken, dass es auch passt. Und wenn es an die gerade Wand kommt, ist es wahrscheinlich leichter. Ich probiere es aber mal. Mal schauen. Also rechts, oben, links, oben, rechts, unten, rechts, oben, glaube ich, rechts, unten, links, unten, rechts. Genau. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber wenn man sich nur an eine Wand hält, dann klappt das eigentlich ganz gut. So, noch eine Fee und auf zur nächsten. So, und hier ist schon die nächste Fee. Wie ihr sehen könnt, sind diese Blumen, genauso wie diese Pilze, die wir im Bergwerk gefunden haben. So ein bisschen speziell aufgebaut. Ja, aber man findet das, wenn man so ein bisschen in die Sachen reinguckt. Jetzt muss ich die Seite suchen, da habe ich keine Lust zu. Aber da kann man auf jeden Fall sehen, dass auch das hier gemeint ist. Und da müssen wir einfach gucken. Das ist ein bisschen tricky vielleicht. Aber wenn man mal auf, ich kann euch mal was zeigen, wenn man mal auf Seite... Ich glaube 52 ist das. Genau da guckt. Dann sieht man dort die Insel. Könnt ihr das sehen? Und eigentlich ist es doch recht links. Da steht oben, rechts, unten, links, unten, links, unten, links, unten, links, oben. Könnt ihr das sehen? Und das machen wir jetzt einfach. Also, wir fangen an. Oben, rechts, unten, links, unten, links, unten, links, oben. Zack. Noch ein Feechen für uns. So. Ich habe gesehen, 20 Feechen gibt es. Allerdings haben die natürlich nicht alle... Einige kann man durch die Tipps finden und einige muss man so halt suchen. Gut. Wieder eine Fee gefunden. Auf zur nächsten. So, und das ist das nächste Pattern, was ich gefunden habe. Und zwar das Muster, wie man sieht, dieser Teppich. Und den können wir direkt anfangen. Wir fangen oben an und dann geht es runter. Also, ist ja immer die rechte Seite. Deswegen müsste es ganz leicht sein. Wir befinden uns gerade in der großen Bibliothek. Was ihr erinnern könnt, gegen die beiden haben wir gekämpft das letzte Mal. In Geisterform allerdings noch. Ja, aber wir brauchen jetzt gar nicht gegen die Kämpfen. Deswegen machen wir das direkt so. Also, fangen wir an. Das ist ja nicht so schwer. Fangen wir mal an. Also, es müsste ja anfangen mit... Ich muss mal gucken. Es ist die Frage, ob wir von ganz hier unten anfangen. Und es sind ja alles die gleichen, sehe ich gerade, ne? Alle im Spiegel verkehrt. Dann fängt man vielleicht von dem hier aus an. Das ist ja aber auch Quatsch. Nee, von dem fängt man an. Wir fangen mit dem hier von der Kugel aus an. Also, wäre es hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, links, hoch, links, runter, rechts, runter, links, runter, links. Okay. Man sieht, war es verkehrt. Ich muss es nochmal. hoch rechts runter rechts hoch links hoch rechts hoch links hoch rechts runter links runter rechts auch nicht okay nochmal hoch rechts runter rechts hoch links hoch rechts unter links unter rechts geht doch muss man ein paar andere weil ich glaube wenn man zwischendurch pausen macht dann registriert er das nicht so richtig und dann macht er das noch neu könnte mir gut vorstellen ich weiß es nicht vielleicht wisst ihr es könnt ihr mir mal schreiben in die kommentare so auf zur nächsten fee so hier finden wir die nächste die nächste fee und zwar seht ihr wieder ist wieder ein muster hier auf dem boden und diesmal müssen wir wieder wie immer die punkte verbinden das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein wir gehen davon aus dass die lila blume immer wieder der anfang ist und jetzt werden wir einfach versuchen die punkte zu verbinden so und wir fangen an bei lila punkte und müssen wahrscheinlich immer gerade striche machen das heißt wir sehen geht es erst von hier nach hier dann nach links dann runter danach links dann kann man sehen denn geht das ja wieder runter dann nach rechts genau nach runter runter hier hin jetzt hier hoch zack 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 von da müsste es denn die warte mal das ist ja anders wir gehen als erstes gehen wir hoch dann kommen wir zu dem dann gehen wir nach links dann gehen wir eine runter bis hier hin dann gehen wir nach links dann gehen wir runter links runter links hoch rechts runter runter rechts rechts runter rechts rechts runter rechts rechts verbinden wir die alle das passt so noch ein Fähchen gut auf zur nächsten Fee so auf zur nächsten Fee und zwar ist sie hier drinnen, das ist mir aber erst spät aufgefallen denn hier ist der geheime Treffpunkt wo wir alle unsere Feen finden, könnt ihr sehen, hier fliegen sie alle wenn man genau zählt, sind es neun Stück an der Zahl aber wenn man genau hinguckt dann kann man ja auch sehen, dass da auch Muster an der Wand sind und diese Muster, die müssen wir jetzt einfach nachmalen gut, jetzt ist immer die Frage wie man das Muster nachmalen kann wenn man die Muster nicht ganz sieht seht ihr das? also versuchen wir es einfach mal und zwar hier ist ja der Punkt also würde ich sagen, fangen wir auch da an also müssen wir nach unten rechts oben, rechts oben, rechts oben, links oben, links oben, rechts oben, rechts oben, links oben, rechts oben, links runter, links runter, rechts runter, rechts runter, rechts hoch, rechts ok, das ist doch verkehrt ich muss kurz überlegen, wie ist bei einem anderen das Pattern ist ja da drüben das heißt, da kann ich es ja sehen das ist ja spiegelverkehrt also diese Seite hier muss ich nachmalen und die müsste ja spiegelverkehrt sein zu dieser Seite hier auf der linken Seite denke ich mal anders kann ich mir nicht erklären ok, dann versuchen wir es nochmal also es geht, fängt an dann ok, unten, rechts oben, rechts oben, rechts oben, links oben, links oben, rechts oben, links unten, links unten, links unten, links und jetzt unten, links unten, rechts unten, rechts unten, links oben, rechts oben, rechts oben, rechts oben, rechts verkehrt versuchen wir es nochmal bis wir es hinkriegen also fangen wir an unten, rechts oben, rechts oben, rechts oben, links oben, links oben, rechts oben, links unten, links unten, links unten, rechts unten, links unten, rechts unten, rechts oben, rechts oben, rechts ne muss man genau gucken also warte mal Ist ja spiegelverkehrt, ne? Also. Muss es ja so sein. Hm. Okay. Oder habe ich die schon gehabt? Hier, die Fee? Kann ja auch sein. Gucken wir mal. Ne, wie man sieht, haben wir die noch nicht gehabt. Denn das hier ist ja der geheime Treffpunkt. So wie es auch in deinem Buch beschrieben ist. Also ich probiere es nochmal. Unten, rechts, oben, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, links, oben, rechts, oben, links, unten, links, unten, links, unten, links, unten, rechts, unten, rechts, oben, rechts, oben, rechts. Hey, warte mal. Ich muss kurz nachgehen mit den Fingern. Wenn wir da sind, dann geht es ja eigentlich, wenn das der ist, dann geht es ja, das muss doch sein, dann geht es so, dann geht der Weg dahin. Oder, ich versuche es nochmal, also unten rechts, oben rechts, oben rechts, oben links, oben links, oben rechts, oben rechts, oben links, unten links, unten links, unten rechts, unten links, unten rechts, unten rechts, oben rechts. Genau andersrum, gut, so kann man es auch mal sehen, so, freuen wir das kleine Tierchen. Eine neue Buchseite, lesen wir. Für zusätzliche Unterstützung Geheimnisse. Uh, was ist das denn? Das ist das Ende? Was sind das denn für Sachen? Gut, darum können wir uns jetzt nicht kümmern, müssen uns das mal ein bisschen besser durchlesen. Und ja, das war es dann für diese Folge. Also, wir haben jetzt, wenn wir auf unsere Feen-Seite gehen, müssen wir alle Feen haben. Also, nicht alle, aber zumindest 10, wie man sieht. Und diese 10 brauchen wir anscheinend nur. Es gibt noch mehr Feen. Hm. Im Westgarten, Westgarten, Fest und Südostwald gibt es auch noch welche. Man könnte ja nochmal in den Ostwald gehen und gucken, wer da welche findet. Schauen wir doch mal. Okay, wir befinden uns im Ostwald. Und jetzt müssen wir uns mal auf die Jagd machen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier gar keine... Es ist gerade nichts hier im Kopf, wo das sein könnte. Ähm, alles andere sei ja zwischendurch auch mal aufgefallen. Da können wir nicht runtergehen, dann fallen wir ja direkt runter, oder? War das nicht das? Wir gehen doch trotzdem hier längs. Hier haben wir die Glocke geläutet, wir gehen trotzdem hier oben längs. Okay, geht's auch runter. So. Oh, du hast sowas nicht gedacht. Aber du musst mal auffassen, wie schnell man hier blitzt. Hm. Hier war unser erster Kampf mit dem Boss, ne? Könnt ihr euch erinnern? Also, das ist wirklich der allererste. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich gehe trotzdem mal hier raus erstmal. Huch, kann ich da oben längs sliden? Natürlich kann ich das. Oh. Oh. Müssen wir schon aufpassen. Gut. Und den sollen wir mal ranholen? Okay. Gut. Hier waren wir nämlich noch gar nicht oben. Weck mal weiter auf. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier oben längs gegangen sind. Fahr zum Heldengrab, okay. Guck mal, hier oben längs. Guck mal, hier ist sogar eine Truhe. Die konnten wir vorher natürlich gar nicht holen. Jetzt ganz easy. Ah, guck mal hier. Eine kleine Granade. Ne, da muss es ja irgendwie da oben weiter gehen, oder? Kann ich mich da rüber ziehen? Rüber beamen von da? Ne, kann ich nicht. Ach so. Dann müssen wir natürlich in einen anderen Krieg gehen. Bauen wir mal nicht längs. Wenn man sich überlegt, wie schwierig das eigentlich war hier. Muss man einfach mal überlegen. Das war wirklich sehr schwierig. Aber jetzt geht's, ne? Kommt man so leicht durch. Heldengrab, ja. Da waren wir ja schon. Also hier. Also es ist ja wirklich so, hier ist unser Slide, also unser Beampoint. Ähm. Hier irgendwo links gehen? Hier geht's auch nix. Ah, ich hänge fest. Wieso nicht? Hier ist auch nix. Halt doch, da ist irgendwas. Warte, hier ist nur ein Rohr. Wie komm ich denn da hin? Ah, hier, guck mal. Aber hier können wir ja nix großartiges machen, ne? Kannst du mal gucken? Ja, sonst entdeckt man hier irgendwas Mustermäßiges? Also so könnt ihr sehen, wie ich das gemacht habe, ne? Also bin ich halt fast alle Wege links gelaufen, was wirklich sehr nervig war. Einfach nur, um... Oh, ich hab da ja gar nichts mehr, was hier reinwerfen kann. Okay. Hm. Okay. Okay. So, ich bin auf jeden Fall ein Weg hier längs. Ach guck mal, hier kann man auch runter gehen, okay. Okay. Hier werden wir auch nix entdecken, ne? Oder waren wir hier schon mal? Unterer Wald. Hier war er wahrscheinlich nicht. Ach so, so ein Beam-Denk, okay. Äh, so ein... Wie geht's denn? Hier war alle Platz gemacht. Hier könnte sein, dass irgendwas kommt. Hier ist einfach so ein Stück, was abgebrochen ist, aber das hat nichts mit uns zu tun. Mal da rüber. Oh, hier sind mehrere Truhen. Lass uns die mal gleich mitnehmen. Huch. Huch. Aber es bringt uns jetzt nichts mit Feen. Ich meine, wir haben ja diese zehn Feen, die wir haben sollen. Oh, guck mal, wir können uns auf jeden Fall hier nochmal was, eine extra Portion holen hier an Leben, ne? War das nicht Leben? Okay, so. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hier geht es einfach rein. Oh, wir können ein Leben tanken hier. Kann man hier hinten irgendwo reingehen? Aha, guck mal, wieder eine geheime Truhe. Nein. Getränk. Na okay, ich bin aber irgendwie gerade vom Weg abgekommen, glaube ich. Aber na gut, gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, hier sollen wir gar nicht hin. Hier waren wir schon, wie man sieht. Da ist ja die Truhe kaputt. Ja, auf meine Entschuldigung. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Mal gucken, ob wir hier was anderes finden. Also die Gegend hier war ich zum Beispiel noch nicht, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Unterer Wald. Ist aber auch nichts. Ist hier auch kein Muster oder so. Ne, ich sehe auch kein Muster. Deswegen weiß ich nicht, ob es hier überhaupt weitergehen sollte. Hier vielleicht. Ist auch nichts. Oder sind diese Blumen hier wieder ein Muster? Was muss man hier doch machen können? Vielleicht kann ich hier, warte mal. Vielleicht kann ich hier meine Gedanken benutzen? Ne. Was muss man hier machen? Also ich sehe hier leider auch keine Muster oder so. Oder ist da irgendwas, was ich übersehen habe? Das ist auch eine Truhe da unten. Seht ihr das? Da komme ich gar nicht hin. Ne. Ach, da oben ist doch irgendwas. Wie komme ich da denn hin? Weiß ich eigentlich auch nicht. Warte mal, soll ich mir einen Weg dahin geben? Also das ist schon witzig. Na gut. Wir haben ja unsere 10 Feen. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht abmühen hier zu suchen. Jetzt wird natürlich wissen, wie ich da hochkomme. Ich glaube, dass hier wieder irgendwas ist mit den Blumen da. Das wird jetzt nicht sein, oder? Gucken wir mal. Nix. Wenn man hier das einfache Muster macht, was es immer gibt hier. Also dieses typische. Also dieses typische. Also es ist ja dieses, die goldenen Stücke, die findet man ja überall. Die liegen ja überall im Land rum, aber ich habe mir die jetzt nicht alle gemerkt. Wisst ihr, diese goldenen Stücke, die sieht man ja überall im Land. Warte mal, gucken wir uns das Handbuch an. Beziehungsweise nicht, dass man die überall sieht. Und vielleicht ist es einfach der gleiche Code, wie sonst auch immer. Aber ich glaube, das wird nichts. Das ist glaube ich verkehrt, was ich mir gerade vorstelle. Aber ich glaube, die Idee ist dahinter das richtig. Aber die ganzen goldenen Dinger habe ich mir ja nicht gemerkt. Und auch nicht aufgeschrieben. Aber es soll im Ostwald ja noch mehr geben. Aber naja. Ob wir jetzt noch was finden hier im Ostwald, das weiß ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe jetzt auch keine Lust rumzusuchen. Deswegen machen wir hier direkt Schluss. Ich danke euch trotzdem noch für Zuschauen. Auch für dieses letzte längere Ende. Aber für dich hat es uns ja geholfen. Und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. 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 D Don für dich.